Hey, willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video zeige ich euch, wo ihr das Fortbyte 36 findet, zugänglich als Sentiel auf einer eisigen Insel. Äh, Sentiel ist der Level 1 genausten Battle Pass, dieses Huhn. Äh, das müsst ihr auswählen, anders geht es nicht, sonst könnt ihr das nicht einsameln und ich zeige euch jetzt mal kurz die Position. Und zwar befindet sich dieser Frostbyte genau hier auf dieser Insel zwischen den zwei Zacken, solltet ihr kennen. Also ich meine, man ist nicht oft hier unten, aber es sticht schon recht raus und ihr seht es auch schon, hier gehen die anderen auch schon hin. Und zwar ist er genau hier. Wir landen jetzt mal ganz chillig. Hey Leute, was geht? Achso, der hier vorne liegt, ja. So, einfach auf Einsammeln drücken und es zählt. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn es euch geholfen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Und wenn ihr keine weiteren Videos zu den Fortbytes, Challenge-Videos und so weiter verpassen wollt, dann lasst gerne mal ein Abo da. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein Leute, ciao. Soll jetzt eigentlich epischer sein, dass ich runter ins Meer fliege und sterbe. Haut rein Leute, ciao.